Das ist vor ihm geschaffen. Leirat ist ein super Rennläufer, er steigert sich im Rennen immer maßlos. Das könnte so ausgehen, ja. Jawohl, neue Bestzeit, 1.13.92, der Harti ist um 8.00. vorne, ja der Harti ist ein Teufelskerl. Schön gesprungen, also sehr gut und jetzt kommt auch seine Strecke, diese technisch schwierige Teil. Das könnte sich ausgehen. So, 1.50, 1.50, 2.50, 2.50, 1.55, 10. Harti Weirater ist vorne, bravo Harti. Da freuen wir uns mit ihm und 50.000 Menschen hier im Skistadion und an der Strecke und Millionen an den Fernsehgeräten schreien auf. Harti Weirater ist vorne, Weirater vor Katowin und Tresch und er hat 48 Hundertstel Sekunden Vorsprung.